Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GTA Online. Heute wieder mit dabei der Avenger Next Trip, Laser Gurke und der Psycho von der letzten Folge. Vorletzte Folge, sorry, vorletzte Folge war das. Hallo erstmal an euch alle. Hallo, hallo, hallo. Hi, hallo. Ja, eigentlich wollten wir ja heute nochmal Verstecken spielen, aber das verschieben wir auf irgendeine andere Folge mal. Mal schauen, heute machen wir erstmal, ja, einen kleinen Ausflug nach oben. Heute fliegen wir ein bisschen rum, machen ein paar Fallschirmsprünge und ja, halt ein paar Flugzeugrennen, vielleicht mal so ein Flug-Deathmatch. Mal schauen, was so alles am Start ist. Jo, alles klar. Für mich ist das eh ein Flugzeug-Deathmatch, also so oft wie ich da. Ich lass mal zwei Runden, weil die, also eine Runde sind irgendwie sechs Kilometer, aber mit dem Flugzeug. Oder soll ich drei machen? Nein. Zwei maximal. Zwei ist gut, ja. Aber Standard, ne? Kontakt ist okay, ne? Zwei ist schon zu viel. Zwei ist schon zu viel. Hauptsache, ich kann Gurke zum Abstürzen bringen. Verkehr? Luftverkehr gibt es ja nicht. Du kriegst ja nicht mal hin, selbst zu fliegen. Wenn ich dich jage, ist wieder eine andere Sache, ne? Mal sehen. Mal sehen. Mal gucken, wer von uns beiden weiter vorne ist. Naja, okay, es geht los. Wenn du erst mal bestürzt bist, dann mach ich dich aus. Ich stürze nicht ab. Ich stürze nicht ab. Nee. Was ist das denn? Können wir nur das Flugzeug nehmen? Ja. Damit bin ich noch nie geflogen. Glaube ich zumindest. Nee, wirklich nicht. Na, dann wirst du überrascht sein. Geile Farbe, heißes Pink. Ich möchte meinen. Brenngelb in Nutzung. Hä? Okay. Hat das einer schon von euch? Ich werde mal wieder auf The Weed 2500. Okay, geil. Krieg ich davon was ab? Nee, ne? Nee. Dann brauchst du dich ab. Dann auch. Du wettest dich auch nicht. Dann auch. Auf Ameisen wett ich natürlich 2500. Ameisen gewinnt. Er versteckt alle mit seinen toten Schädel. Okay, mal gucken wir, ob ich Glück habe oder nicht. Kann man eigentlich so einen Taubostart hier jetzt noch machen? Nein. Glaublich, nee. Nee. Wie das? Keine Ahnung. Du bist so übelts Schub. Wer ist da? Nein! Weg! Du bist wo? Alex! Halt's mal. Alter, ich hab's nur noch bekommen. Ich schaff's nicht. Ich hab's nur noch bekommen. Warum bin ich hinter euch? Warum? Egal. Äh, fuck. Wuhu! Wuhuuu! Nein! Voll geil! Ich hab gerade so gemerkt, ich hab mein Radar gar nicht angemacht. Wollte ich ja wohl noch machen. Du hast gesagt, du lachst, wenn ich abstürze. Ha! Ha! Nein, du Anzeiger. Du hast zu spät gemerkt. Du Noob! Ich seh das schon. Du bist doch abgestürzt, du Anfänger. Ich bin auf den ersten Platz fast. Halt, ihr seid da vorne. Ihr seid alle vor mir. Wollt noch nicht mehr eine Anzeige, um zu wissen, welcher ich bin hier. Prof. Dr. Nick ist sehr weit vorne. So. Stolzflug! Wo ist das nächste Ding? Boah, ich komm... Oh Mann, ey, ich kippe, da komm ich nicht mehr. Ich hab die Drillung nicht mal gepackt. Nex, du hab schon wieder abgestürzt. Halt's Maul. Spaß. Boah, Glück gehabt, dass es da weitergeht. Irgendwann krieg ich dich noch. Irgendwann. Ja. Dann pinkel dich auf dein Grab. Irgendwann. Vielleicht. Wo? Da war ja ein Baum. Nein, 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 ich bin, glaube ich, bis auf dem zweiten, den vorgeflogen. Ich hätte das Ding nicht mehr rumbekommen. Äh, Gurke ist tot. Vor allem, der Wiese ist ja, ich kann ja nicht gucken, wo es als nächstes hingeht auf dem Radar. Und manchmal siehst du die überhaupt nicht. Jojo, jetzt kommen hier die ausdehnen. Es ist nur, wenn wir sie nicht hinkriegen. Ja, ja. Wie immer nur ein Flugzeug, das lenkt einfach nur zu übertrieben, finde ich. Mann, Gurke als Maul, ihr hatt immer recht, immer recht. Mieter arbeitet immer nur scheißen. Er sagt, er hat gerade eine Million gefunden, er hat auch eine Million gefunden. Hast du verstanden? Das muss so sein. Das kann nur so sein. Genau. Hat immer recht. Genau. Er wird uns schon zweiter, oder bist du dritter? Ich bin zweiter, eigentlich noch. Ah, mehr ist es jetzt. Okay. Der Typ hat's drauf. Joah. Ah, der David, ich. Nein. Ich warne dich. Letzten Mal. Ah, Doktor Professor Nick. Schauen Sie mal in den Rückspiegel. David! Nein! Nein! Ich musste dich über Saukdrehen. Wo ist das Ding? Huch. Ich hab's noch bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wohin. Ah, Doktor Professor. Nein, es kommen wieder alle hier. Fuck, ey. Ich glaub, der Nick hier, der übt, dieser Fluffer ist Nick, der übt der Hemd. Ja, von weh. Oh, nein! Natürlich, von weh, du gibst den ganzen Tag. Oh, manchmal. Oh. Alter, wie krass. Ah, hier alle. Ja! Irgendwie hast du noch gestürzt. Scheiße. Oh, alle gestürzen sie grad ab. Ja, ich nicht. Oh, das ist so heiße, ey. So zack. So lange vorne. Ja, das ist immer mies hier. Geht so schnell. Wo ist das Teil? Da ist es. Boah, da kann ich grad mal durch. Wie soll ich jetzt noch aufruhen? Alter, was ist das Ziel? Ja, ich glaub, ich werd noch erster. Kann der Wind nicht einfach mal explodieren? Ja, jetzt vor Freude. Ja, ich bin schon der Hacker, der ihn zum Explodieren bringen kann. Der Wind hat's nicht verdient. Der Wind hat nur Fehler gemacht. Ich hab keinen einzigen Fehler gemacht. Das ist nur, weil die anderen Fehler gemacht haben. Und ich hatte auch noch Handicap gemacht. Ich hatte kein Radar. War erster. Weil du ne Frau bist, oder wie? Nicht. Was sagst du da? Ja. Und weißt du, was das Geile ist? Ich hab 1000 Dollar auf mich gewettet. Und ich hab dich auch gewettet. Ich auch. Das Wettverluste 1500. Hast du bestimmt auf dich selber. Ach so. Geil. Mal gucken. Jetzt müssen wir mal einen Fallschirmsprung oder so ein Luft-Death-Match machen. Fallschirmsprung. Fallschirmsprung? Na dann. Mag dich fast niemand hier im Spiel. Pony, ich hab noch gewonnen, Leute. Ist doch gut. Ja. Rahm es dir ein. Ja. Im Sieg. Bitte. Tu es. Boah. Was für Geräusche da mit in der Grund? Oh, das war ich. Ich musste gerade meinen Kopf reinpacken. Sorry. Oh, Fallschirmsprung. Hier, die Welt von oben. Ich wollte es eigentlich ganz heimlich machen, dass gar keiner bemerkt. Aber das hat leider nicht geklappt. Ich dachte, da steht Ameisenmeide. Aber das ist ja Amisiermeide. Sorry. Natürlich. Was auf der Ameisenmeide ist. Ach so. Okay. So, die Welt von oben. Also das werde ich auf jeden Fall nicht packen, weil das ist zu mies. Alter, wann bin ich das letzte Mal Fallschirmsprung gewesen? Im nächsten Spiel? Gewesen. Gewesen sein haben. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also das letzte Mal ist, glaube ich, als wir vom Gris da runtergesprungen sind. Boah. Wo war ich da runtergefallen? Ja, ja. Aber ein richtiges Rennen oder halt so ein Fallschirms Event. Das ist bei mir das erste Mal. Oh, der ist ein Jungfart. Alter. Hey, Dave, da bist du nochmal. Was? Tritt bei. Was? Ja, halt deine V-Version. Okay, los geht's. Und los jetzt. Der ist der Wage. Tritt bei, tritt bei. Und der Nächste? Noch der Letzte? Okay, Einzelung bestätigen. Ja. Nein, ich will aber nicht. Ups, so, jetzt. Ich habe keine Angst. Illy will von oben nicht sehen. Bitte nicht. Ich auch nicht, aber er wünscht sich, dass er gewünscht hat. Ja, mal was anderes. So, ich wette dir auf der Wied. So, was ich gefunden habe. Nein, mach das nicht. Aber ich wette diesmal. Ne, diesmal wette ich nicht auf mich. Oder doch, oder nicht. Oder doch, oder nicht. Und ich wette dir auf mich. Ich weiß, das war auch vorhin nur Glück. Ich wette nicht so mein Geld, weil ich nicht so viel habe. Ihr zündet auf alle Personen hier wetten, wa? Ja, ich habe nicht so viel Glück wie manch andere hier im TS. Ne, bitte. Das steht denn bei mir. Ich habe drei gewonnen, fünf verloren. Ja, ich wünsche dir 100 Millionen. Was? Ja, weil du ein armer Schluck bist. Alter, wie reich seid ihr denn? Ja, ich habe mein Geld ehrlich erarbeitet. Wie ging das jetzt mit A oder mit X losspringen? Also halbweg. X ist Sprung. Ja, aber ich glaube, das ist kein Wettrand. Das ist Hauptsache, wer hat die meisten Punkte. Okay. Und bei Gleichstand gilt der, der am ehem ehemalig angekommen ist. Okay. Na dann machen wir das mal. Also versucht einfach am meisten Punkte zu bekommen. Okay. Aber ich muss mich erst mal dran gewöhnen, das ist total komisch. Komisch. Ach ja, und unten müsst ihr auch bitte lebend ankommen, weil wenn ihr es nicht schafft, dann ist es nie beendet. Ja, also soweit ich weiß, wenn man abstürzt, auf die Fresse fliegt, dann war es nicht. Ja. Oh. Wieso seid ihr auf einmal alle so schnell? Habt ihr irgendwas verpasst oder so? Oder hab ich was? Oh, da qualmt irgendwer. Da räuchert wer. Da räuchert wer. Wo ist das Ding? Oh, ich habe eins verpasst. Ein Fallschirm räuchert. Fallschirm räuchert. Dreh nicht, dreh nicht, dreh nicht. Oh, wieder eins verpasst. Ich bin immer lieber der Letzte. Da kann mich keiner rammen und hofft, dass ich die meisten Punkte schaffe. Ja, ich glaube, den Plan mache ich, also das versuche ich jetzt auch. Ich bin so weit hinten. Wieso schwenkt der denn so? Komm in der Mitte nochmal schnell. Oh ne, nur 10 Punkte, scheiße. Immerhin. Oh, er schwenkt schon wieder. Sie schwenkt. Ja, 15. Schwenkbraten. Schwenkbraten, ja, sie ist, glaube ich, gerade wirklich so ein Schwenkbraten. Komm, in der Mitte. Mädchen, in der Mitte. Kommt der. Oh, wer kommt denn da von hinten? Und habt ihr? Ich sehe nichts. Ich habe keinen Platz. Das muss ich vielleicht nochmal umstellen. Also das kann ich ja gar nicht, wenn man jedem spielt. Arsch sagt man nicht, man sagt nur Cock. Achso. Ja, Arsch ist so böse. Cock ist der neue Arsch. Ich habe das zuerst überhaupt nicht gepeilt, wie das ging. Mal hab ich die ersten drei irgendwie verpasst. Ja, das ist eigentlich wie bei den Vorgängern. Also, bei den vorigen GTAs. Ja, Next Shop hat, glaube ich, nicht so. Ja, glaube ich nicht. GTA 1, ja, 2. Ja, da gab's das noch nicht. Da gab's das noch nicht, nee. Wie auch? Geht ja schlecht. Oh, nein. Nein. Ganz knapp da drüber. Oh, oh, oh. Komm mal ab. Wo willst du denn hin? Aber sie hat nur 50. Alter, wie lange geht denn der Scheiß hier noch? Er ran mich nicht. Keine Ahnung. Voll die Hacke. Wie viele Punkte haben er so... Ne, egal, ich will mich überraschen lassen. Lass dich überraschen. Überraschen. Ich hab 250. Lass dich doch verarschen. Vor allem von mir. Ja. Ja. Oh, nein, Mädchen. Also, hier ist auf keinen Fall gegen ein Gebäudeknall. Das wäre sehr schlecht. So, jetzt runter. Oh Gott. Wie steil jetzt schon, wer ist. Ey, wie schnell ihr seid. Ja, muss man so nach vorne drücken, weißt du. Ja, aber dann treffe ich die nicht. Jetzt gerade geht das auf jeden Fall. Komm, komm, Mädchen, Mädchen. Komm, Adam. Jawohl. Hui. Hui. So, immer mit der Ruhe und in der Mitte ist der Oberar. Oh, oh. Nein, nein. Ich komm gar nicht rum. Ich bin gegen Gebäude gekommen. Was? Sofort null Punkte. Verdammt. Nee, ne? Nee, ne? Ich hab auch null Punkte, nur weil ich nicht oben angekommen bin. Wie sinnlos. Wie oben angekommen? Ja, ich bin nicht oben in diesem Kreis angekommen. Ich bin nur unten irgendwo gelandet. Und trotzdem hatte ich meine ganzen Punkte jetzt nicht bekommen. Richtig sinnlos. Ich war erst, also richtig bescheuert. Nein. Oh mein Gott. Nein. Es gewinnt einfach irgendwer. Wo ist denn der Punkt? Ja, Corinne Wohne. Ich bin doch noch unterwegs. Ja, du kannst nicht mehr gewinnen. Warum? Habe ich was verpasst? Oh nein, nicht auf dem Haustier landen, Madame. Das ist doch so unnötig. Nur weil man den Punkt da oben nicht jetzt bekommen hat. Ey, ich glaub, ich schaff das, glaub ich, von der Geschwindigkeit, glaub ich, gar nicht. Ey, irgendwer ist in mir grad gespawnt. Such möglichst weit oben noch zu bleiben, wenn du jetzt... Ey, das schaff ich gar nicht mehr. Ja, genau wie ich wahrscheinlich jetzt. Schaffst du schon gar nicht mehr, ne? Nee. Ja, wie bei mir. Voll dumm. Na super. Komm mal da oben, spring! Halt dich fest! Du stehst noch? Ja. Ja, zählt aber trotzdem nicht mehr. Du hast komische Bewegungen gemacht. Na super. Alles umsonst. 2.5 Minuten später. Welcher bin ich? Welcher bin ich denn los? Weilung. Corleone. Congratulations. 5.000 Dollar. Scheiße, Tor. Oh, eine Scheiße. Verdammt. Alter. Liefst du gut? Auf 5! Bin ich gefallen. Du bist gelandet, Avenger? Jo. So, deswegen nochmal ein paar extra Punkte wahrscheinlich. Ja, wie sagt denn hier? 0 Punkte. Ja, keine Ahnung. Ich hatte 300... 360 oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich nicht gelandet und bin... Buff. 0 Punkte. Ich bin gegen ein Gebäude gekommen. Was soll ich von hier machen? Von hier aus gar nichts. Ich schaffte es leise. Aktualisieren? Schaffte es leise? Äh. Jetzt. Ah. Zu spät. Ah. Aber woher sehen wir denn, dass es in Luft drin ist? Oder sollen wir einfach einen Zugort nehmen? Oder nein. Nochmal aktualisieren, oder? Ja, okay. Hier ist nochmal ein Fallschirm. Die Hölle. Komm, lass einfach Last Team Stating machen. Hölle. Die Hölle. Hölle. Sollen wir das machen? Last Team Stating. Das wäre besser. Wie viel sind wir denn? Ja, jetzt egal. Jetzt ist es zu spät. Aber wir können ja noch ein paar Leute einladen oder so. Für LTS. Ja, jetzt ist es ja zu spät, sag ich. Müssen wir das jetzt machen. Na ja, im Anschluss kann man nur eins machen, wenn das hier kurz ist. Ja, schauen wir mal. Wir fallen einfach alle auf den Boden. So, dann lass ich alles so. Soll ich Waffen anmachen? Nein. Nee, 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 nee. Das ist so ein Erbfigur. Ehrlich? Ja, natürlich. Der, der letzte ist, der gewinnt. Ja, ne. Alle vorne ab. Ja. Lass es noch machen. Aber startet gar keiner. Ja, dann lass es einfach machen, um es zu zeigen. Mein Gott, dann mach es doch. Nein, ich mach es nicht. Oder doch, ich mach es. Mach es einfach mal. Nein, ich mach es nicht. Nein, ich mach es nicht. Okay, nein. Was? Ameisen hat das Spiel verlassen. Ja, keinen Bock mehr. Hast du euch? Nee, bin nur rausgeflogen. Oh nein. Weil die Waffen jetzt ausgemacht hat, deswegen. Ameisen hat Geschmack. Dann muss ich noch mal ein, Alter, rauskicken. Ja, deswegen. Nimm mal Dave. Ey, kannst du nicht mal Dave kennen? Oh. So, schnell, Ameisen, komm rein. Sorry. Ja, komm rein. Kannst du so übers Profil, aber weiter, hier. Ich hoffe, es klappt. Klappt. Go, go, go. Mit Waffen jetzt, oder nicht? Ohne. Ja, wir warten. Hey, wir haben ja eh meins. Ohne. Achso, mit Waffen, nein. Ja, eigentlich, wir machen Waffen an. Na, was jetzt? Ja, um zu testen. Wir machen aber, um zu testen. So. Das ist sowieso wahrscheinlich scheiße. Aber wir zeigen einfach, wie scheiße es ist. Bitte nicht aufregen. Kannst ruhig bleiben. Freut euch drüber, wenn ihr gekillt werdet. Nee. Was? Nee. Ich rebe mich jetzt schon noch. Avenger Toad. Ah, was macht denn ihr? Ups, ist doch noch zu früh. Trap. Munition ungültig. Null. Ja, komm schon. Munition für alle kaufen? Okay. Guck mal, sehe ich nicht sexy aus? Total. Mit deinem sexy Body? Mhm. Ich muss ja auch mal meine Muskeln spielen lassen. Ah ja. Ich packe die Minigun aus. Das geht doch gar nicht. Ach, Falsche. Aber das wäre so lustig irgendwie. Raketenwerfer so. Ah. Fallschirmsprung. Ballum, ballum, bumm, bumm, bumm. So. Ballum, ballum. Wer springt zuerst? Ja genau, wer springt jetzt? Mal gucken. Okay, tschüss. Juhuuu. Die Hälfte ist auch hier. Hat da aber einer ganz schön dran vorbeigeheizt. Avenger, bist du noch da? Nee. Ich sprüge nicht. Ich sprüge nicht. Ich brauche das nicht. Ich will keinen Fallschirmsprung. Wer ist noch hier oben? Weißt du das, Avenger? Ja, ich bin noch hier. Ah, okay. Okay, wir drei schießen uns einfach nicht. Genau, wir bleiben einfach hier. Was seid ihr denn für welche? Jetzt kommt verdammt nochmal hier runter. Wer ist jetzt runtergesprungen? Ameisen. Ich. Achso. Wie schieße ich denn jetzt hier oben? Achso. Okay, dann spring ich jetzt mal. Mal gucken, was Ameisen macht. Nein, komm. Treff das in der Mitte, Mädel. Halt dich fest. Verdammt, bin viel zu früh. Oh. Zehn Punkte nur. Fuck. Ich rase einfach mal durch um gucken, ob mich jemand abschießt. Was soll ich denn hier für eine billigknappe? Achso, jetzt geht's los. Nein. Ich versuche nicht mal Punkte zu bekommen. Ich rase einfach durch. Ich hätte eigentlich 15 Punkte bekommen, aber irgendwie ist mein Stick hochgegangen, obwohl ich gar nicht hochgedrückt habe. Nee. Alter, wär's das denn? Wahrscheinlich war er natürlich raus. Arte, vier Ringe wär' jetzt schon verpasst. Hab' schon alle verpasst. Fünfe. Arte, ich hab' viel zu viel in Falschem gezogen. Wie vermies. Warte jetzt, bis ihr mal kurz... Sex-Ringe verpasst. Es wird sich jetzt falsch haben. Wer hat denn den BVB falsch? Keine Sorge, denn ich hab' den Simi verpasst. Ich hab' schon alle verpasst, Avenger. Keine Sorge, du gewinnst trotzdem noch. Also, es bessert sich auf jeden Fall. Mann, ihr seid viel zu schnell. Ich komm' auch gar nicht mehr an euch ran. Wie soll ich denn abknallen? Avenger Alex, komm, gib mal Kette. Warte, 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 wo bist du denn, wo bist du denn? Wenn wir schon Waffen haben, dann lass dir mal ne richtige Schlacht machen. Ähm, ich glaub' Nextrip, das ist nicht so gut, wenn du da bist. Wieso? Scheiße, die sind halt schon da unten. Ich weiß nicht, die ist nass. Hä? Hm? Avenger! Punkte Null. Alter, verhunterwichse, du! Heul mal rum, ey. Wieso? Ey, ihr fallt aus mir raus! Ja, natürlich, weil du ne Frau bist, dann fallen mir nur gesteig. Du bist so traurig, du Typ. Oh, Punktlandung. Nein! Doch, 15 Punkte. Du. Was, 15 Punkte? Achso. Wollt ihr ohne? Na super, ey. Aber ihr seid einfach aus mir rausgeplupst. Ja, ich sag dann zu nix. Weißt du, warum? Der war natürlich daneben. Oh ne, der ging auch gut. Äh. Was aussieht. Es landete da und dann auf einmal Sponsor ganz woanders von mir. Ich bin Zweiter. Beendet. Und warum bin ich Zweiter? Weil Avenger und Alex schon mal nicht richtig mitgemacht haben? Nein. Und wer ist Erster geworden? Johnny Storm! Herzlichen Glückwunsch, Johnny! Du bist Erster. Nice one! Du hast die Höhle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit der Höhle. Pff. Alter. Pff. 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 So, was jetzt? Was wollt man noch machen? Last Team Standing. Achso, LTS. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Juhu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ameisen. A. Drückt mal A, Y oder X. Ja, ich war noch im Glauben. Nee, B-Mei. LTS. Dead it. LTS. Straff und Stolz? Nee. Didi? Ja, okay. Das ist echt scheiße. Jetzt kommt gleich kein LTS mehr. Pass auf. Nein. Kommt auch nicht. So wie auch Glück kennen. Ich kann nicht auf aktualisieren gehen. Ich war das nicht da oben. Dennoch besser. Was ist das denn? So, jetzt komm, bitte. Nein, es war so klar. Es war so klar. Wir nehmen nicht noch einen falschen Spruch. Lass das mal hinten Rennen mal nehmen, oder? Nee, das war das. Wir haben ja schon mal gekillt hier mal ein bisschen. Was? Stromschlag raus. Ja, wenn das einer wählt. Ich weiß nicht, das hat irgendeiner gewählt. Was ist ein Downtown? Ich sehe hier gar nicht. Ich sehe gar keine Bilder. Ja, mach mal ein Deathmatch. Deathmatch. Einfach töten. Was ist jetzt passiert? Ähm. Ein Deathmatch wurde ausgegeben. Ein Dasmatch. Dasmatch. Er macht nicht so viele Kills. Dasmatch. Oh, ich mach einfach 15 Kills. Ja, okay, 20. Das habe ich aber schon nichts vor. Das sind zwei Teams? Zwei Teams? Also Team Deathmatch oder Deathmatch? Team Deathmatch, ja. Ja, ist besser. Aber Deathmatch mal. Nein. Haben wir auch noch nie gemacht. Oh, ein normales Deathmatch. Ja, wir haben ja frei für alle Scheiße. Irgendwann machen wir es noch. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Nein, der ist leider. Nö. Da ist der Dave wieder. Hallöchen. Dave, der tötet dich jetzt. Der ist Rage. Och, er ist nur Rage. Der soll nicht sauer sein. Das ist dein böser Bruder. Dein böser Zwilling. Pass auf. Wenn du ihn killst, dann holt er wahrscheinlich einen Onkel. Nee, der stirbt dann wahrscheinlich auch, weil das sein böser Zwilling. Er kann sich doch nicht einfach selbst töten. Festival? Warte mal. Was sind denn Festival, die, die man hat? Nee, in Besitz sind die, die man sich gekauft hat, ne? Ja. Also die man irgendwo... Oh. Lalalalalala. Wee. Lalalalalala. Lalalalalalalala. Ja, ist gut. In Italien sitzt gerade neben, man hat eine Knarre im Kopf, deswegen... Es gibt ja Gerüchte, dass Frederico, ja, ein heimlicher Mitarbeiter von Miraculis... Keine Gerüchte, das sind Wahrheiten. Was? Er hat auch versucht, mich zu bestechen. Und zwar, wenn ich in seine FL komme, wollte er mir Rabatt geben. Warte mal, ich muss mal lesen, wie viel... 10% Rabatt. Weißt du nicht mal, ob ich die Nachricht habe? Eine Miraculis-Protumse. Weiß ich... Nein, ich hab die Nachricht leider schon wieder gestanden, aber er wollte mich bestechen. Was? Nein, Enrico ist ein ganz cooler. Das kann ich nicht glauben. Doch, das hat er gesagt. Doch, jemand, der drei Stunden ein 99-Runden-Rennen fährt, glaubt schon. Dass sie für sowas fähig ist. Der Weed hat eine Story, die jemand nicht erzählt. Doch, doch, das hab ich schon gehört. Ah, gut, okay. Für den Zuschauer erzählen wir jetzt natürlich extra nicht. Haben wir das nicht in dem LP sogar erwähnt? Ich könnte das ja nochmal machen. Auf jeden Fall haben wir 99-Runden eingestellt und Enrico, Italien, als sie zu Ende gefahren hat, ein Beweisfoto gemacht. So, krass. Am ersten, Trap, David. Ich guck grad nochmal, wie lange? Ja, gefahren. Dave in Man-Team. Wir sind alle da, außer... David is a loser, hat keine guten Waffen. Next trip is a loser, und das war's. Am ersten, ey. Unser Team ist super, Alter. Wir haben die Gurken nicht dabei. Ansonsten sind alle da. Oh nein, jetzt pass auf, jetzt kommen nur Raketenwerfer wieder, was? Ach, nee. Also, das könnte ich nicht spielen. Wer ist da noch da? Ich kann den Namen nicht sehen. Ja, da hinten seinen Finger knackt. Was ist mit meiner rechten Wange passiert? Der Henrik Vitalia hat da für nicht ganz zwei Stunden gebraucht. Für was? Für die 99-Runden? Für die 99-Runden. Da hat er... Ja, 180 Minuten, was. Sind's fair, genau. Gib ihm einfach mal die Mission 99-Runden um die ganze Insel. Das geht nicht. Alter, was hast du da eingestellt? Alter. Alter, ich... Was machst du? Jetzt sollen wir hier drum rumlaufen. Eio. Alter, ey, das ist echt blöd. Jetzt hab ich keine Muni mehr. Ich auch nicht. Warte mal, ich muss mal das HUD einstellen hier erstmal. Sorry, liebe Zuschauer, aber... Kurz mal Unterbrechung. Kann man mal gucken, wo das alles hier geht. So, äh, Anzeige. War da ein, hat ein. Also, das ist jetzt nicht so cool, ne? So. I need a force... Da schießt auch in der Shotgun auf mich. Nein, die ist oben, die Waffe. Hat wenigstens der Shotgun? Ich hab nichts. Fäuste! Oh, Dave. Ein böser Bruder. Nein. Doch. Komm. Nein, scheiße, ich wollt gar nicht ohne Verprügeln. Irgendwie keine Munition mehr. Die sind unter... Äh, darunter sind die. Unter diesen Gerüst. Also, zwei Stück waren da eben. Jetzt hab ich da Muni. Okay, gut. Hi, next rep. Du Arsch, Alter. Warum rettst du auch mir ins Gesicht, du Idiot? Dachte, du hättest mich nicht gesehen. Nee. Basti, Alter. Nee, ich hab nur gehofft, dass du weiter auf mich zuläufst. Und was machst du? Du läufst weiter auf mich zu. Oh, ich spinne da kriegen. Avenger! Man hört da so leicht was. Aber ganz leicht, ja. Das ist schön. Ja, du schreitst wieder dringend. Nein, 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 nein. Genau, ja. Vielleicht man nicht mit dem. Du willst doch nur wieder Rabatte bekommen. Lass ihn doch noch von der einen Seite bekommen. Klar, ich hab ihn gestochen, also. Boah, jetzt muss ich schnell was essen. Ich dachte, du wirst hier bestochen. Du lügst doch. Ey, wie kommt man da eigentlich wieder hoch? Ich bin definitiv kein Bezüger. Juhu, ich hab einen. Ich bin so gut wie tot, aber... Ey, dafür könntest du denjenigen gar nicht anklagen, ne? Oh, Gott. Was? Oh, ich hab jemand gespawnt. Ich will zu anklagen. Wir hatten. Wir hatten will dich anklagen. Oh, da... Kannst du das mal für uns googeln? Was? Ich hab den ersten Headshot verpasst. Das ist gut gemacht. Ey, jetzt konnte ich, jetzt konnte ich, jetzt konnte ich. Errico, Hammer ist das, Errico? Verdammt. Geh von hinten. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Geh ja schon von hinten. Nein, verdammt. Oh, Leute. Oh, du bist so ein Noob. Du bist Noob. Oh, Armeisen. So ein Noob. Ne. Und her, ich kille einen, aber ich werde wieder gegillt. Kannst du mich töten, aber ich kann nicht sterben. Ja, genau. Mein Auto räuchert schon wieder. Mann. Oh, den kann ich nicht einfach auf unten verlagern. Ich hab keinen Bock da hochzuren. Da sind Rico. Da sind wir unten ganz dran. Jetzt spawnt irgendwie einer da. Wollte den Rico gerade umhauen, aber. Und das ist noch einer. Oh, das zeigt euch. Das ist schon gleich wieder hinter uns war. Jupp. Und so ist es auch. Aber ich hab überlebt. Oh, diese Stange. Ich hab bis jetzt nicht... Ich hab bis jetzt nicht eine Waffe gefunden. Ah ja, okay. Jetzt, wo ich's sag, hab ich eine gefunden. Scheiße, Mann. Ich darf keine Kugel mehr abbekommen. Was? Ich hab mich noch umgehauen eigentlich. Aber nein. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen ruhiger angehen. So raschen. Ich hab keine Munition mehr. Hermpeil. Ich auch nicht scheiße. Moni! Aber auch sau wenig Moni die ganze Zeit. Aber das ist auch in Besitz gemacht. Ich versteh's immer noch nicht. Hast du das eigentlich wieder umgestellt in der letzten Sekunde? Enrico! Thomas schießt du mich. Komm mal wieder ein bisschen mehr, Moni. Niederlagen-Serie. Das gibt's doch nicht. Darf nicht sein. Fuck. Ey, wie der grad drüber gestolpert. Das sah so geil aus. Ich wollte von so'n... so'n... container auf... dieses Gerüst da springen. Knallt er mit nem Bein. Erstmal... ...ging das Gerüst und fliegt dann das Schnauze nochmal drüber. Das sah so geil aus. Das sah so göttlich. Ups, die Pancha. Alter, wo seid ihr? Das ist so scheiße. Man findet die Leute so schlecht. Also, ich sehe sechs rote Punkte. Ja, ich sehe auch viele rote Punkte. Mit der einen ist oben, der anderen ist unten. Oh man, fuck. Wir haben gewonnen. Jawohl. Wertvollster Spieler, der Weed. Was, was steht da? Also, Gegenüberfahren erledigt. Ja, natürlich. Wie soll man das schaffen? Wave! Ich auch. Ich hab die Herausforderung nicht geschafft, jemanden zu überfahren. Ach ja, wie kommt das Spiel darauf? Ja, guck mal, Alex. Dein widerchen Stinkefinger, den du in meinem Popo steckst, will ich nicht sehen. Na dann. Da läckst du auch mal gerne dran, Alex. Der Finger hat aber gewonnen. Heute etwa nicht, du hast. Und der Finger, der war auch ein Trigger, der dich umgebracht hat. Mit welchen Finger triggerst du denn, ey? Keine Ahnung. Mit deinem Popofinger immer irgendwie. Mit deinem Popofinger? Ja. Nee, gut, alles klar. Ja, das war's dann auch, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, was? Wolltest du noch was sagen, Trip? No. No. Avenger, du noch? Halt. Was, von was soll ich? Ein Schlusswort oder Ameisen-Schlusswort? Äh, Ameisen-Ruiz. Okay, Schlusswort. Ameisen-Ameisen-Ruiz. Ameisen-Ruiz. Alles klar, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Ciao. Mit V. Mit V. Boah. So, bin nett.